So, jetzt sind wir bei der Nähe. Ho, ho, ho! Ho, ho! Ho, ho, ho! Frohe Weihnachten! Hallo! Ho, ho! Hallo, liebe Familie! Darf der Weihnachtsmann hier so halb draußen bleiben? Natürlich! Ja? Ach, der Weihnachtsmann, der hat ganz viele Sachen mit. Und ich habe gehört, ich darf hier auch teilweise Englisch sprechen. Ja? Ja? Ja, komm mal her! Der deutsche Soundtrack-Klaus kann auch Englisch sprechen. Das ist kein Problem für ihn. Er war auch schon woanders, bevor er wieder in Deutschland arbeitet. Also, wen haben wir denn hier alles? Jetzt muss ich ja erstmal... Wir haben hier die Nehle. Wo ist Nehle? Wo ist Nehle? Da unten? Oh, ein bisschen auf die Zehenspitzen, dann sieht der Weihnachtsmann das auch. Hallo! Dann haben wir hier Lenja, haben wir hier... Das bin ich! Das bist du? Guck mal, wie groß du bist! Guck mal, wie groß die ist schon! Ich habe hier in Klammern zwei Jahre! Ja! Du wirst ja riesig! Und dann... I also have hier Lea. Hello! How are you? Good! Und... Neil! Ten years old? Oh, that's a great age! I loved it when I was ten years old! So, dann gucken wir mal, was wir hier für Geschenke haben. Soll ich das mal gucken? Oder es sei denn, der Weihnachtsmann wird heute noch überrascht und er kriegt heute noch ein Gedicht oder ein Lied? Ja, ja, ja! Oder ein Song? We wish you a Merry Christmas! 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 And a Happy New Year! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! We wish you a Merry Christmas! Yeah! Lieber, guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an! Ich will auch immer artig sein und packe deine Mutter ein. Oh, das haben die ja toll gemacht, oder? Das ist ja wirklich super! Und ich würde jetzt sagen, jetzt gucken wir mal so lange so, der Weihnachtsmann ein paar richtige Sachen mitgebracht haben. wollen wir das mal gucken wollen wir das okay dann fange ich hier mit an da steht da steht drauf das ist für den weihnachtsmann da steht drauf weihnachtsmann das läuft ja für den weihnachtsmann das all presents for santa claus wer war denn jetzt hier nochmal lehle noch mal auch da unten guck mal vom weihnachtsmann frohe weihnachten so dann habe ich hier hier steht so und dann haben wir hier vorne haben wir lea war lea hier vorne so und dann haben wir das war es von ihr christmas viele geschenke lehle hast du dir schon eins aufgemacht hast du dich aufgemacht du machst das später der weihnachtsmann der kann ja nicht abwarten der weihnachtsmann mal seine schon mal eine woche vorher auf was da drin ist der weihnachtsmann weiß das der weihnachtsmann hat ja alles getan guck mal hier ist doch alles für dich frohe weihnachten ich glaube das hat von hier also was ist das bitte ein roller ein roller ein roller ein roller wow und was für geile farben hast du dir die gewünscht ja ich glaube guck mal der weihnachtsmann hat so viele geschenke jetzt hier ich bin mir ziemlich sicher ich bin mir ziemlich sicher dass ich gleich hier helfer habe die das hier mit den geschenken machen ich habe ja noch ein ich habe ja noch einen ein brief aus dem aus dem himmel bekommen der weihnachtsmann hat ja eine eigene adresse weißt du wo der weihnachtsmann wohnt am nordpol deswegen bei diesen über diesen temperaturen da schwitzt der weihnachtsmann ganz schön aber und zwar habe ich von von papa basti und bruder jonas habe ich einen brief bekommen und die haben dir einen schutzengel geschenkt ja ja den schutzengel der kommt und der brief aus dem himmel und der weihnachtsmann schickt ganz viel kraft von ganz vielen leuten aus ganz deutschland dankeschön ja liebe familie haltet schön zusammen macht weiter so der weihnachtsmann ist auch immer für jede shanta zu haben ja der weihnachtsmann ist erreichbar auch der weihnachtsmann hat auch ein handy heutzutage ist das nicht unglaublich da muss man nicht nur briefe hinschicken der hat auch im telefon danke das muss man mal frei bauen erst dann ja der weihnachtsmann muss jetzt hier irgendwie wieder raus dann muss man mich noch zu ganz vielen anderen kindern was für die hinstellen ja ich hoffe ich muss ich hier einmal guck einmal komm mal her ja komm direkt na dann na dann komm 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 Ich gucke jetzt. Jetzt ist der Wein. Die beiden auch hier. Lelia, komm mal. Lelia! Da war das mal eine Ärgerdicht. Perfekt. Und nur eins. Geht das noch? Ja, logisch. Weihnachtsmann haben wir schon vier erledigt. Oh, Santa Claus is sweating under his Fettzüge. Nee, das kann. 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 Sehr gut. Ja, Lelia, einfach gucken. Hallo. Hallo. Merry Christmas. Ein frohes Fest, ihr Lieben. Passt doch ruhig auf. Ho, ho, ho. Frohes Fest. Ho, ho, ho. Das war's, liebe Leute. Vielen Dank für die Unterstützung bei diesem Projekt immer. Ho, ho, ho.